Willkommen zu Auf Posten Stehen und jetzt Pastor Norbert Lenk. Guten Tag meine Damen und Herren und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Folge unserer Sendung Auf Posten Stehen. Viele von Ihnen haben sicherlich über den Streit gehört, der zur Zeit zwischen Apple und dem FBI hier in Amerika stattfindet. Und vielleicht haben Sie sich die Frage gestellt, ob das irgendwie eine besondere Bedrohung sein könnte, auch für Deutschland, je nachdem wie dieser Streit beendet wird. Und was das eigentlich alles bedeutet, worum geht es eigentlich? Sie haben vielleicht davon gehört, dass ein Gericht Apple dazu verurteilt hat, dem FBI gewisse digitale Informationen zu geben. Aber das ist nicht unbedingt das, worum es hier geht. Und die digitalen Informationen hat das FBI schon längst von Apple erhalten, aber die sind nicht in der Lage, diese Informationen zu verwerten. Und jetzt geht es darum, dass Apple aufgefordert wurde, weitaus mehr zu tun. Und Apple hat sich dagegen gestellt und hat gesagt, das gefährdet die Sicherheit nicht nur in diesem einen Fall, worum es angeblich geht, von diesem Terroristen oder dem Ehepaar, das in San Bernardino diese scheußlichen Verbrechen verübt hat, sondern es geht hier jetzt um Millionen und Abermillionen von Nutzern. Und es ist kein Wunder, dass jetzt auch hier in Deutschland Stimmen laut werden, die sagen, das ist eine gefährliche Situation. Nun, das FBI hat sich an das Gericht gewandt und die haben da jetzt ein Gesetz interpretiert. Und dieses ist das Gesetz von 1789 mit dem Titel All Rights Act. Und haben gesagt, aufgrund dieses Gesetzes ist Apple zu verpflichten, uns diese Informationen zu geben und etwas Neues herzustellen, damit wir hineinhacken können in diese iPhones. Das ist natürlich absolut absurd, ein solches Gesetz zur Anwendung bringen zu wollen, das geschrieben wurde, als es überhaupt noch gar keine digitalen Informationen gab. Und so hat sich eben Apple auch dagegen gewehrt. Nun, hier in Deutschland, wie ich sagte, gab es auch sehr kritische Stimmen dazu. Die Bild-Zeitung hat am 18. oder 19. Februar 2016 einen Artikel veröffentlicht und ich zitiere ihn jetzt nicht aufgrund des Wahrheitsgehaltes, sondern aufgrund der Meinung, die hier zum Ausdruck kommt, die in vielen Fällen dem entspricht, was die meisten Deutschen empfinden. Und es heißt hier, warum sich Apple mit dem FBI anlegt. Wenn der CEO von Apple, immerhin nach dem Alphabet-Konzern oder Google, die zweitwertvollste Firma der Welt, einen offenen Brief an die Kunden schreibt, dann sollte man aufhorchen. Tim Cook wehrt sich gegen Versuche des amerikanischen FBI, Apple dazu zu zwingen, eine Hintertür für die Verschlüsselung des iPhone zu bauen. Mit dieser Hintertür wollen die Ermittler an verschlüsselte Inhalte kommen, die auf einem iPhone liegen, das den Attentäter des Anschlags im kalifornischen San Bernardino gehört, bei dem im Dezember 14 Menschen ums Leben gekommen sind. Der Technologiekonzern Apple soll für ein US-Gericht das iPhone eines der Attentäter von San Bernardino entsperren. Tim Cook warnt. Er sagt, dass Apple die Behörden gerne unterstützt, aber keine Hintertür einbauen wird und dagegen rechtlich vorgeht. Denn die können ja ohne weiteres diese Gerichtsentscheidung anfechten. Die können ja in die Berufung gehen. Es ist ja nicht so, dass die jetzt abschließend verpflichtet seien, es zu tun. Wir sehen hier einen Kampf, schreibt die Bild, wie er auch in Deutschland geführt wird. Ermittlungsbehörden hätten gerne Hintertüren oder Nachschlüssel, um im Fall der Fälle an verschlüsselte Inhalte heranzukommen. Was nachvollziehbar ist, hat es in sich. Ein Nachschlüssel passt nicht nur für ein Schloss, sondern immer für alle Nutzer eines Systems. Wenn diese Software also in die falschen Hände gerät, dann ist die Verschlüsselung von Millionen Geräten in Gefahr. Und dann fragt hier die Bild, wie weit darf sich der Staat einmischen in unsere Privatsphäre? Würden wir zulassen, dass Behörden Nachschlüssel für unsere Häuser und Wohnungen bekommen? Nur für den Fall aller Fälle sicherlich nicht. Aber bei digitaler Kommunikation wird immer versucht, dass es Hintertüren geben soll. Das ist schlichtweg nicht akzeptabel. Verschlüsselung kann nur dann funktionieren, wenn es keine Nachschlüssel gibt, denn sonst ist sie nicht sicher. Wir müssen uns als Verbraucher darauf verlassen können, dass unsere verschlüsselten Daten auch verschlüsselt bleiben. Aber selbst dieser Vergleich hinkt, denn wenn man einen Nachschlüssel hat, dann hat man zunächst einmal auch den Hauptschlüssel. Aber in unserem Fall hat der Verbraucher noch nicht einmal einen Hauptschlüssel. Der hat gar nichts. Der hat überhaupt nichts. Hier will das FBI hineinkommen, einen Schlüssel kreieren, wobei sie nur sie den Zutritt haben zu dem Haus. Noch nicht einmal der Besitzer. Schauen Sie, wie hier das alles hinkt. Und deswegen ist es auch so, dass andere Nachrichtenmagazine sich ebenfalls sehr stark negativ geäußert haben über das Vorgehen des FBI und der Obama-Administration, die ja dahinter steckt. Und so hat die Zeit am 18. Februar geschrieben, dass Google und WhatsApp stellen sich im Streit mit der US-Bundespolizei an die Seite von Apple. Also, das FBI will gesperrte iPhones knacken können, wenn das erforderlich ist. Aktuell geht es um das Gerät eines toten Attentäters. Google-Chef Pichai warnte, die Forderung an ein Unternehmen, das Hacken von Geräten und Daten seiner Kunden zu ermöglichen, könnte ein besorgniserregender Präzedenzfall werden und die Privatsphäre von Nutzern verletzen. Aber es geht nicht nur darum. Es geht auch darum, dass natürlich, wenn so etwas existiert, andere Regierungen das dann auch haben wollen, wie zum Beispiel Russland oder China, aber nicht nur das, natürlich auch Deutschland, Österreich, wer auch immer. Und natürlich auch die Regierung der amerikanischen Geheimdienste. Und natürlich können auch sogar Unberufene versuchen, da hineinzuhacken. Und wir sollten uns keine Illusionen machen, dass das nicht möglich sei. Das ist ja schon des Öfteren geschehen. Und so hat der Spiegel ebenfalls am 17. Februar sich stark ausgesprochen, gegen diese Idee, dem FBI diese Informationen zu geben. FBI-Experten sind nicht in der Lage, das iPhone des Attentäters von San Bernardino zu knacken. Mit Antworten, die sind inkompetent. Die können es nicht. Deswegen wenden sie sich jetzt an Apple und brauchen jetzt deren Hilfe, um da etwas Neues einzubauen. Darum bitten die Ermittler Apple um Hilfe. Doch der Konzern weigert sich. Das heißt, hier seit Monaten versuchen Experten des FBI, an die Daten heranzukommen ohne Erfolg. Es wurde sogar hier jetzt mitgeteilt, dass die scheinbar das vermasselt haben. Als sie das iPhone erhalten haben, haben sie scheinbar das Passwort geändert, ohne zu wissen, was sie taten, sodass die Sache noch komplizierter geworden ist. Das heißt hier, ihr Problem ist eine Technologie, die Apple und Google 2014 als Reaktion auf die Snowden-Enthüllungen eingeführt haben. Es ging damals um einen Streit zwischen Apple und China. Und die Chinesen, die wollten auch Kontakt haben und Zugang haben zu diesen iPhones. Und daraufhin haben sowohl Apple als auch Google etwas dann kreiert, damit diese Regierungen keinen Zutritt haben. Und damals hat der Tim Kupp gesagt, dass wir mit keiner Regierung kollaborieren werden, egal welche es sein mag, um eine solche Hintertür dann wieder einzubauen. Der Spiegel hat auch am 17. Februar geschrieben, warum sich Apple zu Recht weigert. Dann haben sie hier verschiedene Argumente angeführt, unter anderem, Verschlüsselungsexperten sind sich einig. Wenn ein Gerät, ein Dienst, eine Hintertür hat, zu der eigentlich nur die Polizei den Schlüssel besitzt, dann könnten auch andere diese Türe öffnen. Kriminelle beispielsweise oder Geheimdienste anderer Nationen. Das sollte uns allen klar sein. Vor allen Dingen, wenn wir an die Abhör-Affäre denken, wie da so Telefongespräche ohne rechtliche Grundlage abgehört wurden. Die Tagesschau hat am 18. Februar einen interessanten Artikel veröffentlicht. Das heißt hier, Netzaktivist zu Streit mit FBI, Apple ist doch keine Ermittlungsbehörde. Im Streit über die verschlüsselten Handy-Daten eines Attentäters ist Apples Widerstand richtig, meint der Netzaktivist Padeluum. Nun, dieser Netzaktivist Padeluum, es geht hier um eine Institution, die sich für die Freiheit und den Schutz von Privatleuten einsetzt. Das heißt hier, ein Einknicken des Konzerns würde auch Begehrlichkeiten der Sicherheitsbehörden in Europa wecken. Die Frage ist, handeln hier die amerikanischen Strafverfolgungsbehörden richtig? Wie weit darf ein Rechtsstaat gehen? Und die Antwort lautet, es darf niemals so weit kommen, dass Freiheit und Demokratie der Menschen gefährdet werden. Und das ist das Problem. In einer Euphorie des Angriffs durch Terroristen, wie es so schön heißt, werden häufig individuelle Rechte und Freiheiten von Bürgern mit Füßen getreten. Und in einem gewissen Maße wird das toleriert, aber wo ist die Grenze? Wo ist die Grenze? Das heißt, hier hätte das FBI so ein Spezialwerkzeug zum Knacken von Telefongeräten in der Hand, würden auch hier, also in Europa, in Deutschland, die Begehrlichkeiten laut werden. Populistische Politiker würden dieses Werkzeug auch haben wollen und wahrscheinlich dann ein Dienstleistungsabkommen mit dem FBI aushandeln wollen. Das wäre ein weiteres Einfallstor zur Totalüberwachung der Bevölkerung durch die Five A's. Den Geheimdienstverband aus den USA, Kanada, Australien, Großbritannien und Neuseeland. Five A ist eigentlich richtig ausgesprochen. Später kämen dann auch Deutschland, Japan, Norwegen, Südkorea und die Türkei hinzu. Dann heißt es, technisch haben unsere Behörden hier dieselben Schwierigkeiten wie das FBI. Dazu sind die Grundrechte durch Grundgesetz und Strafprozessordnung recht gut geschützt. Es wird immer wieder versucht, das aufzuweichen. Dagegen müssen wir uns wehren. Dann wissen Sie, meine Damen und Herren, die Tatsache, dass individuelle Freiheiten bedroht sind, ist ja gar keine Frage, ist gar nicht diskussionsbedürftig. Und wissen Sie auch, dass die Bibel uns deutlich etwas zeigt, nämlich, dass diese individuellen Freiheiten mehr und mehr bedroht werden in der Zukunft. Auch und gerade in Europa. Auch und gerade in Deutschland. Und da müssen wir sehr aufpassen. Das, was hier in Amerika geschieht, kann uns eine Warnung sein, sollte uns eine Warnung sein. Auf der anderen Seite sagt die Bibel auch in prophetischer Weise klar und deutlich, was geschehen wird. Und Sie müssten eigentlich und sollten eigentlich darüber Bescheid wissen. Zunächst einmal biblisch gesehen, wie sieht es aus? Nun, im Römerbrief wird klar und deutlich gesagt, dass natürlich eine Regierung die Macht, die Verantwortung, die Befugnis hat, gegen Kriminelle vorzugehen, gegen Terroristen vorzugehen. Alles zu versuchen, diese zu schnappen und zu verhindern, dass es zu Terroraktivitäten und Aktionen kommt. Das ist absolut klar und richtig. Und es heißt auch im Buch der Sprüche, dass ein König oder sagen wir mal ein Regierungsoberhaupt es zu seiner Ehre gereichen lässt, wenn er gewisse Dinge ausforscht, um eben gewisse Aktivitäten krimineller Natur zu verhindern. Das ist absolut klar. Es darf aber niemals dazu kommen, dass jetzt Rechte und Privilegien, die garantiert sind, seitens von Individuen, von individuellen Bürgern mit Füßen getreten werden. Dass jetzt deren Rechte verletzt werden auf illegale Weise. Das darf nicht geschehen. Das ist etwas, was die Bibel in keinster Weise toleriert oder gut heißt. Und das ist eben jetzt diese Abwägung, zu der man kommen muss. Aber wenn Sie weiter erfahren möchten, was prophezeit ist, was geschehen wird, wir haben verschiedene kostenlose Broschüren veröffentlicht. Unter anderem Deutschland in der Prophezeiung oder Europa in der Prophezeiung. Und dann eine weitere Broschüre, die sich mit den zehn Wiederauferstehungen des ehemaligen Römischen Reiches befasst. Wenn Sie diese Broschüren erhalten möchten von uns absolut kostenlos, dann schreiben Sie uns über Deutschland in der Prophezeiung, Europa in der Prophezeiung und schreiben Sie einfach die zehn Auferstehungen. Dann wissen wir schon, was Sie meinen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Lenk für eine Sendung auf Posten stehen. Auf Posten stehen ist eine Sendung der Kirche des ewigen Gottes. Weitere Videos sowie Broschüren und Artikel finden Sie auf unserer Webseite auf postenstehen.de Auf Posten stehen ist eine Sendung der Kirche des ewigen Gottes. Die Kirche des ewigen Gottes ist eine Sendung der Kirche des ewigen Gottes.